Hallihallo, ein Abonnenten hat berechtigterweise mal angemerkt, du sagst immer, du willst die Stanzen mal vorführen. Wo ist denn das Video? Du bist doch gar nicht dran jetzt. Ähm, naja, es ist halt so, ja, sie kommen, man freut sich und ich räume sie weg. Dann sind sie in meinen Ordnern, meinen vier. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was für Stanzen ich da alle. Ich habe jetzt mal ein paar vorgesucht und die einmal ganz normal durch meine Action-Stanze durchgejagt. Was heißt einmal, also einmal hin und wieder zurück. Und ja, können wir uns mal angucken, was dabei rumgekommen ist. So, als erstes habe ich hier, warte mal, ich packe das mal kurz weiter weg vom Mikro aus, sonst knüscht das so blöd. Als erstes haben wir hier einmal, ja, das ist so eine, ne, komm mal, ich schütte das mal. Raus da, komm, ich will die Stanze zeigen. So, kommst du da mal raus. Du bist ja auch was zickig. So, das ist so eine Stanze, die kann man dann besticken. Man könnte das jetzt hier auch rausnehmen, also den Stern jetzt zum Beispiel einmal als Umrandung machen und das dann drauflayern oder wie auch immer. Ich habe es jetzt einmal so tuto completo gelassen und einmal durchgestanzt. Ja, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Ja, gut, ein paar Löcherchen sind da noch die Teile drin. Aber im Groben und Ganzen würde ich mal sagen, sehr schönes Stanzergebnis. So, wie setzt man die jetzt zusammen, ja. Dann könnte man das jetzt so raufsetzen, also versetzt oder halt genau so, wie es gehört, ineinander setzen. Dann, ich denke mal, da kann man ganz viele verschiedene Muster mitmachen. Oder man nimmt nur den Stern und den Kreis und hier diese Löcher und so, da stickt man dann, ne, von da nach da, dann wieder nach da, wieder von da. Und am besten macht man das mit so einem Glanzgarn, was ich hier im Neues bei Teddy gekauft habe. War sogar runtergesetzt, sehe ich gerade. Und dann gab es noch 30 Prozent. Hoho, das war ja fast ein Schnäppchen. Ja, aber das ist so Glitzerglanzgarn. Und wenn man das damit bestickt, sieht bestimmt Bombe aus. Dann brauche ich den blöden Kalender gar nicht mehr. So, habe jetzt was viel Schöneres. Nein, ich hätte den doofen Spellweinerskalender doch gerne gehabt, aber, naja, das ist doch auch schon mal ganz schön. Ich mache da mal einen Short von, wenn ich die mal ausgestickt habe. Im Moment habe ich halt noch so viele andere Sachen auf Lager, die ich machen will. Ja. Oh Mann, ich habe die Kamera ein bisschen weit weg. Habt ihr das überhaupt jetzt richtig sehen können? Also, die Stanze ist richtig scharf. Da muss man tatsächlich auch aufpassen. Ja, und dann hier halt das, die einzelnen ausgestanzten Sachen. Und wenn man dann hier diesen einen Stern einmal in einer anderen Farbe aus und dann das da oben drauf setzt oder so. Ich glaube wirklich, dass man da ganz viele schöne Sachen mitmachen kann. So, dann packen wir die erstmal wieder weg. Das Stanze ist eigentlich, wie gesagt, einmal hin, einmal zurück. Das meiste hat sich von alleine gelöst. Ich finde es okay. Also, hat sich gelohnt. Nun kommen wir da wieder rein. Es knistert, Ohren zuhalten, Kopfhörer runterreißen, was auch immer. Ton runterdrehen. So. Das war Nummer eins. Dann habe ich... Da bin ich echt etwas verzweifelt. Habe ich ja diese Stanze hier gehabt. Ich habe die jetzt einmal durchgestanzt und habe das gekriegt. Ja. Was ist das jetzt? Ich sehe, dass das hier so Falzlinien sind. Ich vermute mal, dass man das dann in die gegengesetzte Richtung falzen muss. Also, das dann so. Aber ich bin da echt hoffnungslos mit überfordert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann so als Einleger für eine Karte... Allerdings verstehe ich nicht, wozu noch die Falzlinien alle sind. Das sind ja auch alles Falzlinien. Also, ich würde das jetzt so machen. Das so in eine Karte reinkleben. Hier noch so ein bisschen, was weiß ich, Happy Birthday oder was auch immer. Wenn ihr wisst, wie das wirklich funktioniert. Ich finde die Stanze nicht wieder. Aber ich würde halt gerne mal wissen, was man damit machen kann. Ist allerdings ziemlich klein, finde ich. Die hat eine Höhe von 15, 12. Ich weiß nicht, wie hoch sind normale Karten? 14? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da müsste man ja dann noch ein anderes drunter. Wie gesagt, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe sie mir gekauft, weil ich es bestimmt toll fand, was ich da gesehen habe. Und anstatt mir davon einen Screenshot zu machen, damit ich weiß, wie das aussehen soll. Weil das ist ja ein wirklich großer Nachteil bei Temu. Es sind da ja nie Gebrauchsanweisungen oder sowas bei. Also Gebrauchsanweisungen. Naja, also wie wird es gemacht? Wie soll es aussehen, wenn es fertig ist? Man kriegt einfach die Stanze. Und wenn man Pech hat, so wie ich jetzt, und sich eine ganze Zeit lang die nicht angeguckt hat, dann weiß man nicht mehr, was man damit machen konnte. Das, was ich jetzt gemacht habe, ich glaube, so ähnlich war es. Aber sicher bin ich mir da jetzt echt überhaupt nicht. Also wie gesagt, wenn ihr wüsst, welche dieser Knicklinien wohin geknickt werden sollen, könnt ihr mir mal ein Foto e-Mail oder so. Wäre cool. Dann weiß ich wenigstens, was ich damit beginnen soll. Dann habe ich hier noch auch, ja, auch wieder so ein Ding. Sah bestimmt ganz toll aus, auf den Bildern da, als ich sie bestellt habe. Ich knister mal weiter hier hinten. Na komm schon. Warum gehst du jetzt nicht auf? Hallo. Oh, ich hasse diese Plastikbügel. So. Komm, das ist auch ein ausgestanztes Teil. So. Mal kurz hoch. Jetzt fällt hier alles einzeln raus. Okay. Da ist noch nicht. Lilie. Da ist offen wohl irgendwas. So. Ah ja, nee, doch. Bei der erklärt es sich eigentlich alleine. Also hier muss man das. Ich mach euch mal ein bisschen runter. Und da sind ja die Knicklinien. Das heißt, das sind die Schranktüren. So. Einmal in die andere Richtung. Dann sind das die Verzierungen, die man dann wahrscheinlich... Nee, Türgriff gehört da hin. So. Dann kommt einmal so. Da eine Tür. Da eine Tür. Ach so. Und das sind dann so... Ja, kann man, muss man aber nicht benutzen. Oder man stanzt sich das hier viermal aus. Und dann kann man das so in die Türen reinsetzen. Nö, will ich aber nicht. Finde ich doof. Dann hat man hier noch so... Na, komm hier. So eine Borte. Ja, und das Ganze ist dann... Das muss hier ja auch noch geknickt werden. Glaube ich jedenfalls. So. Die Knicklinie ist ein bisschen doof, weil da ist es recht schmal. Also, da würde ich gegebenenfalls nochmal irgendwie... Nächstes Mal nochmal mit dem Falzbrett rüber gehen. Hekt mal gesagt. So. Ja, und dann kann man hier hinten... Irgendwelche Mustertapeten reinkleben. Hekt mal gesagt. Ja, die Lilie könnte man sich auch noch ein zweites Mal ausstanzen. Dann könnte man... So. Und dann ist das so eine kleine Karte, wo man hier so die Türen aufmachen kann. Ja, so gesehen wäre es, glaube ich, vielleicht doch schöner. Obwohl, nee, wenn man das so raufsetzt. So, das sind dann jetzt die Schranktüren. Die würde man da so raufkleben. Dann könnte man ja hier auch so kleine Reds. Reds heißen die, ne? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und hier oben kommt dann die Schrankkante ran. Und dann kann man... Ich denke mal, das ist aber auch was, was man in eine Karte reinmacht. Also man hat eine Karte, außen irgendwie, was weiß ich. Herzlichen Glückwunsch und dann hier noch ein Überraschungsspruch oder so. Eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich sieht es niedlich aus. Ich hätte jetzt Lust, die fertig zu machen. Aber jetzt habe ich das nur in weiß ausgestanzt. Aber, haha, ja, wie gesagt, wenn es euch jetzt zu doof wird, einfach weiterspulen. Ich habe ja bei Ideen mit Herz bestellt und 24 Stifte umsonst gekriegt, weil Bestellwert über, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie hoch der Bestellwert war, 40, 50 Euro. Jedenfalls gab es dann 24 wasserfeste Marker auf Alkoholbasis. Jo, so, Schmierpappe. Komm mal alles her, hier. So. Ne, die will ich nicht. Türblatt will ich nicht. So. Lilie will ich auch nicht. Wie machen wir den Schrank denn mal an? Was haben wir denn hier für Brauntöne? Das. Okay. Und das. Mhm. Man könnte hier aber auch so eine Art Bauernschrank machen. Wie gesagt, das wird jetzt ein Anpinseln. Also erwartet jetzt hier kein Kolorieren oder sonst was in der Art. Das ist sehr hell. Das ist ein schönes hellblau. Und ja, genau. Die beiden Farben nehmen wir jetzt. Und jetzt malen wir den Schrank einfach mal lustig an. So. Hat der auch eine dicke Spitze? Ja. Guck mal. Ach so. Hm. Na komm, auch die Kanten hier. So. Okay. Ich will mich nicht voll schmieren. Ich weiß nicht, wie sehr die färben. Aber auf jeden Fall haben sie gut viel Farbe. Also schlecht sind die anscheinend nicht. Also einfach nur an. Ich pinsel es nur an. Das wird hier nichts mit Schattierung oder Farbnuancen oder Blenden oder was auch immer. Das wird jetzt einfach angelackt hier. Wenn ich eine Tür anmale, dann wird die auch nur angelackt und fertig. So. Da ist noch was. Okay. Da müssen wir gleich nochmal die Kanten anmalen. Ja. Und diese Bordüre da oben, die könnte man hier auch so absetzen. Das sollte ja. Okay. Ich matsch mir hier eins zurecht. Und die kleine Nicole malt schon ganz toll. Ja. Auf dem Niveau in der dritten, in der dritten, mit drei Jahren im Kindergarten bin ich auch irgendwie stehen geblieben. Die kleine Nicole pinselt noch genauso wie mit drei Jahren. So. Jetzt haben wir hier die Türen. Die Rückseite, finde ich, muss man nicht machen. Wie machen wir denn jetzt die Türen an? Machen wir die Türen hell und den Rest noch dunkler? Oder machen wir jetzt die Türen mal ganz dunkel und den Rest? Wir machen jetzt die Tür mal ganz dunkel. Mal gucken, was dabei rauskommt. So. Die kleinen Nicole schmiert wieder los. Oha. Ja, dann sollte man vielleicht mit der feineren Seite erstmal so eine Linie einigermaßen hinzimmern. Wäre ja auch schöner, wenn man da... Ja, so ist besser. So kann ich krickeln. Einfach das ein bisschen wegknicken. Dann kann ich jetzt auch wieder den dicken Stift nehmen. Oh, da habe ich schon übergemalt. Egal. Das ist jetzt ja nur mal... Nur mal gucken. Normalerweise würde ich wahrscheinlich das in verschiedenen Farben ausstanzen. Nehme ich mal ganz stark an. Also ich würde das nicht anmalen. Aber ich habe jetzt keine Lust hier, meine ganzen Blöcke vorzusuchen. Weil ich habe ja kein Bastelzimmer. Mi, 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 mi. Ich weiß. Ja, Mann. Auf ziemlich hohem Niveau. Ja, Mann. Habe ich das halbe Wohnzimmer mit Kallax voll mit meinen Sachen. Zum Glück ist mein Mann sehr minimalistisch und braucht nichts, was im Wohnzimmer groß rumsteht. Deko-Kram und so. Ja, so ein paar Vitrinen hat man ja auch in den Kallaxen. Aber der Rest sind echt alles meine Kisten durchnummeriert. Und da ist das drin, da ist das drin. Das sieht jetzt nicht wirklich schön aus, ne? Aber egal. So, dann würde jetzt die Tür da rüber kommen. Das würde da oben hinkommen. Ja, dann müssen wir erstmal noch den Rest vom Schrank in. Den machen wir jetzt mal in hell an. Genau. Einfach mal ein bisschen rumkrickeln. Ich glaube, jeder, der kolorieren kann, dem dreht sich gerade die Magengrube um. Aber es sind schöne Malstifte. Man kann das schön mitmalen. Ich mag malen. Warum mache ich das eigentlich mit der dünnen Seite? Geht dann mit der dicken viel schneller. Komm jetzt her. Lauf doch nicht weg. Wird es doch angemalt werden. Komm her. Gib es doch zu. Oh. Muss man hier wieder ein bisschen vorsichtig sein. Rückseite ist mir egal. Die sieht man eh nicht. Man kann nicht übermalen, soviel ich lustig bin. So. Und dann hier unten noch. Zack, zack, zack. So. Ah, da. Da fehlt noch was. Also wenn schon ankrickeln, dann aber vollständig krickeln. Hier, bitte, Fräulein. So. Äh. Ich weiß, warum ich. Ich fasse einmal Stifte an und schon sehe ich aus wie Eugen aus Schlumpfhausen. Das ist nicht zu fassen. Aber die sind gut saftig. Also die Stifte sind gar nicht so schlecht. So. Und dann müsste man das jetzt da rauf kleben. Komm mal her. Ah. Das muss ich jetzt hier erstmal. Ah. Ich hab mir da jetzt so eine komische Nadel durch die Gummikappe durchgestorben, weil die Gummikappe hatte irgendwie ein Loch gekriegt. Und ich vermute mal, dass das daran liegt, dass sich da irgendwie jetzt so ein, zwei Klümpchen im Kleber gebildet haben, dass der nicht mehr so will, wie ich will. Aber wenn die Nadel frisch rauszieht, läuft's ein, zwei Minuten und dann, hm, dann will er wieder nicht. Im Moment sieht's gut aus, aber ich hab ihn auch frisch aufgefüllt, also sind die Klumpen wahrscheinlich wieder nach unten weggerutscht. So, das ist jetzt ein bisschen Viehfarf hier. Oh. Oh. Es ist jetzt nur, dass ihr euch vorstellt, wie das aussieht, wenn man das in verschiedenen Farben ausstanzen würde, also. Das ist jetzt nicht so, dass man das wirklich so machen sollte. Und wenn man's so macht, dann sollte man kolorieren können. Also. Oder mit Stempelwischtechnik oder was auch immer. Aber nicht so. Nicht das, was ihr jetzt hier seht. Das ist nur, das dient nur eurer Erheiterung. So. Okay. Äh. Ich und mein Klebekram. So. Wo war jetzt die Knickkante? Die war da. Also das Rückenteil verstehe ich hier noch nicht so ganz. Aber es ist Tatsache wahrscheinlich, dass man dann da so zwei, oder man hängt da noch Klamotten rein oder sowas. Stand so ein, so ein Kleid aus. Irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir, kommst du mal her. Könnte ich mir vorstellen, dass man aufmacht. Und dann hat man da ein Kleid und noch ein Kleid und auf dem Kleid stempelt man vielleicht irgendwas rauf oder schreibt irgendwas rauf, wenn man eine hübsche Handschrift hat. Und das könnte ich mir schon vorstellen. Und dann könnte man das auch vorne auf die Karte rauf machen. Denke ich jedenfalls so. Also stellt euch das vor. So ungefähr wird es aussehen. Hier hinten wäre dann jetzt noch eine Rückwand drin. Und, was weiß ich, zwei Kleiderbügel mit zwei Kleidern. Und auf dem Kleidern steht dann Happy und am anderen Birthday. Wie gesagt, so könnte sie dann aussehen. Das war diese Kleiderschrankstanze. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man da schöne Sachen mitmachen kann. Kleber zu machen, genau. Sonst braucht man sich nicht wundern, dass da... Zack. Wo ist die blöde Tüte? Achtung, Knistertütenalarm. Obwohl, bei der geht es hier einigermaßen. So, komm rein da jetzt. Was ziegst du denn so rum? Jetzt wollt ihr nicht raus, dann wollt ihr nicht wieder rein. So. Nächste Stanze, die ich ausprobiert habe. Und ich muss sagen, eigentlich glaube ich, haben alle Stanzen ein wirklich gutes Stanzergebnis gebracht. Bei der hier kann es durchaus sein, dass das Ergebnis nicht ganz so klasse ist. Aber das ist meine Schuld, weil da habe ich hier oben die Kante zu dicht nach oben geschoben, weil ich wollte zwei Sachen mit einmal aus. Also, ihr wisst ja, ich bin faul, ne? Und da ist dann die Faulheit irgendwie nicht so schlau gewesen. Hätte ich vielleicht jedes einzeln. Ups, Schere, komm her. Aber das ist so, wie ich das sehe, nur hier die obere Kante. Die kann man ja auch wegschneiden. So. Das Y ist hier schon rausgeflogen. Ja, ansonsten hat sich alles gelöst. Kann man nicht. So, wie sieht das denn jetzt hier aus? Was muss denn hier eigentlich alles raus und was bleibt drin? Das ist etwas verwirrend. Theoretisch kann man alles rausnehmen, bunt anmalen oder mit bunten Farben ausschanzen. Und dann ganz wild bunt wieder zusammensetzen, ne? Oh, raus da. Das muss raus. Das muss bestimmt auch raus. Ah. Die hat tatsache nicht so gut gestanzt, aber definitiv nicht schuld von der Stanze, sondern mein Fehler. Erstens benutze ich ja nicht die Originalplatten, sondern diese Schneideunterlage. Und, ja, wenn man das dann so ganz an die Kante macht, da ist der Druck dann manchmal nicht so gut. Ne, die müsste ich dann tatsache nochmal separat stanzen und gucken, ob das dann besser rauskommt. Wobei ich sagen muss, ja, die Kante ist scharf, aber die Buchstaben... Ah, egal. Ich hab ja die Stanze hier noch stehen. Dann brauch ich noch ein Blatt Papier. Hab ich das hier auch noch rumflattern oder hab ich das alles schon wieder weggeräumt? Ah, ich will ein Bastelzimmer. Ein riesengroßes, wo ich meine ganzen Sachen hinschmeißen kann. Regale bis unter die Decke. Ist ja wie so ein Bibliothekending, wo man dann so auf der Rollleiter so an seine Regale lang rollt und sich alles greift, was man haben möchte. Da, wo man arbeitet, möchte man natürlich auch rundherum ums Schreibtisch hohe Regale haken, wo man alles, was man immer braucht, aufhängen kann. Ach, ein Traum. Ein schöner Traum. So. Versuchen wir es jetzt nochmal. Dann legen sie auch ein bisschen Schrächen, wie man es ja tun soll. Gucken wir mal, ob es jetzt wirklich meine Schuld war oder ob es wackelt. Ich weiß. Ah. Jetzt hätte ich euch auch wieder ein bisschen höher nehmen können. So. Knack. Und einmal zurück. Wie gesagt, bei der Stanze bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hätte erst schwören können, das lag an meiner Dämlichkeit. Dass ich eben halt so faul war. Obwohl, das sieht jetzt schon besser aus. Schmeißen wir das mal kurz da hin. Das gehört da auch irgendwie hin. Müll. Die Platte wieder rein. So. Ach. Gucken wir mal. Hier dieses Zwirrle. Ja. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Stanze, die müsste man öfter, ja, die müsste man mehr als einmal oder eben mit einer Maschine, die ordentlich Druck aufbaut. Weil das ist so ein Viertelkram. Wenn ich mir vorstelle, wieso habe ich mir die ausgesucht? Ja, wahrscheinlich, weil das Bild schön aussah. Aber wieder nicht überlegt, wie man das dann hinkriegt, dass das so aussieht wie auf dem Bild, ne. So typisch wie der ich, ja. Weil theoretisch müsste man dann, also auf dem Bild war die ziemlich bunt, also theoretisch müsste man die dann wahrscheinlich einmal in Rot, einmal in Grün, einmal in Blau und was weiß ich was. Und das dann alles so wieder zusammensetzen. Ne. Ich glaube, ich würde sie Tatsache nur anmalen. Haha. Ja. Ne, die ist... Entweder braucht sie mehr Druck. Die ist sehr... sehr doof. Ich möchte jetzt nicht einmal in der Big Shot würde sie gut rauskommen, weil die Big Shot hat doch deutlich mehr Druck als die von Action. Das habe ich ja... Als ich dich für den Kalender die Dinger ausgestandet habe, habe ich mir gedacht, oh Alter, du musst ja richtig doll kurbeln. Hier bei der von Action kannst du ja mit zwei Fingern so... So, am Sauhaufen hier beiseite. Also die würde ich jetzt eher so als... Ja, so Semiflop, ne. Gucken wir, was wir da noch haben. Das waren so Gnome, die irgendwie so ein Schild festhalten. Auch standardmäßig einmal hin, einmal zurück. Mal gucken, was daraus geworden ist. Also gelöst hat sich da einmal nichts. Ach doch, aber das Stanzergebnis ist eigentlich ganz gut. Die kleinen Flecken von der Mütze sieht man, Augen, Nase. Ja, und das könnte man jetzt süß anmalen. Macht man da ein paar Punkte in die Mützen. Und hier würde man dann halt... Ja, halt fest. Könnte man halt hier auf diesem Feld irgendwas Schönes raufstempeln. Und das auf eine Karte ist doch schon niedlich. Habe ich da irgendwas Hautfarbenes? Light Orange? Na, ich glaube Orange ist nicht so... Ne, das ist keine gute Farbe. Was ist das? Ne. Ah, eine Hautfarbe ist da leider nicht bei. Warmes Grau. Ach, das ist halt wie wenn man bei Action so ein 10er Set oder so ein 20er Set holt. So. Aber deine Mütze male ich dir mal an. So. So. Ja. Ich sag mal bei Tageslicht, also jetzt gerade kurz vor 11, mit Brille und vernünftiger Beleuchtung könnte man das schön anmalen. Und natürlich mit einer anderen Stifte ausmachen. Ich glaube ich würde das aber auch tatsächlich mit Buntstiften machen. Und mit Buntstiften male ich noch lieber. Aber ansonsten würde ich sagen, ist die Stanze wirklich super. Wie gesagt, der kleine Bart. Die Flecken in der Mütze. Hier unten die kleinen Knobbelfüße und die Grashalme noch. Die kleinen Patschehände. Ja, doch ist alles schön zu sehen. Seht ihr das auch? Also den Stempel, also die Stanze finde ich toll. Die hat den Test bestanden. Wie gefällt. Ich glaube da werde ich mich irgendwann mal hinsetzen und die paar Mal ausstanzen und einfach nur ein bisschen anmalen. Ankrickeln. Nein, ich würde mir da tatsächlich ein bisschen mehr Mühe geben und die richtig schön anmalen. Und dann beiseite packen. Da hat man immer mal was liegen. So, die letzte Stanze, wo ich ganz sicher weiß, dass ich die von Temo habe, die ich so beim schnellen Durchblättern gefunden habe, ist diese. Das ist so eine Happy Birthday. Mal gucken, was dabei rumgekommen ist. Auch wieder so ein Ding. Weiß ich auch wieder nicht, wie das aussehen sollte. Das sind irgendwelche Sterne. Das sind irgendwelche Löcher. Oh Mann. Seid mal froh, dass ihr euch über Video nicht anstecken könnt. Ich hasse meinen Mann dafür. Das sind hier immer die Bakterien. Das ist so ein Bakterien-Mutterschiff, ne? Knattert da mit seinem LKW durch die Gegend und in jeder Lagerhalle fängt er sich irgendeinen Scheiß. Und dann bringt er es nach Hause mit einem fröhlichen Hallöcher. Da hast du. Zukunft ist hier Küssen verboten. Er ist wieder im Sommer oder gar nicht mehr. Strafe muss sein, so. So. Die hat sich da aber richtig reingefressen, ne? Kommt da auch noch letztendlich irgendwas bei raus? Oder ist das hier nur Abfall? Ich bin gerade etwas irritiert. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Wo ist denn jetzt das eigentliche Standsergebnis? Ach so, da. Die hat sich da aber reingefressen, mein lieber Schwang. So. So. Okay. Da ist noch ein kleines Mini-Herz. Die Streben müssen hier wahrscheinlich auch raus. Das da oben muss auch weg. So. Die Sterne hier auch noch weg. Na komm. Du sollst weg. Und dich da nicht verkeilen. So. Die müssen weg. Ach. Komm schon. Wo ist er denn jetzt? Was ist? Klebst du da noch irgendwo fest oder was? Schneiden wir es halt weg. So. Haben wir hier noch. Hier in der Mitte hat sie nicht gut gestanzt. Aber. Das kann auch durchaus an meinem ausgelutschten. Warte mal. Es wackelt kurz. Ich brauche mal eine kleine Schere. Ah. Dann kann ich aber die von meinem Mann ausprobieren. So. Einmal. Okay. Was mit euch? Kommt ihr freiwillig? Ja, die kommen freiwillig. Ja, waren jetzt nur die zwei Striche, wo es nicht so. Aber ansonsten. Und das ist dann auch wieder was, was man dann. Entweder hier mit. Stempel- und Schwammtechnik. Da ist noch ein Punkt, der raus muss. So. Oder man macht das einfach auf schlichte Farbe und schlicht weiß rauf. Ich finde, das sieht auch schön aus. Vielleicht noch. Puh, Geburtstag darf kitschig sein, ne? So schön rosa Luftballons und rosa Glitzersterne anmalen. Ja, aber schlecht finde ich die Stanze jetzt nicht. Aber da muss man ja wieder ewig lange sauber machen, ne? Da ist man ja. Oh, das ist ja wieder was, was ich gar nicht mag. Wenn man das alles da immer erstmal rauspicken muss. Da ist doch bestimmt jemand, der Pockitools herstellt, der diese Stanze gemacht hat. Das ist eine Geschäftslücke. So, habe ich jetzt alle draußen. Ja. Ja. Doch, gefällt. Also das ist die Stanze. Und das ist das Stanzergebnis. Also ich finde, es sieht gut aus. Ja. Und das kann man natürlich dann jetzt bunt anmalen oder nicht bunt anmalen. Oder einen bunten Hintergrund und dann schlicht weiß oder weißen Hintergrund schlicht rot. Ich glaube gar nicht mal, dass man es bunt machen muss. Sieht einfach schön aus. Und wenn man es bunt haben will, kann man es ja anmalen oder anstempeln oder was auch immer. Das Ding gefällt. Also die Zwerge gefallen richtig gut. Dieses Happy Birthday gefällt. Das andere Happy Birthday gefällt mir nicht mehr. Auf dem Bild, als ich es gestellt habe, sah es toll aus. Da gefällt es mir richtig gut. Jetzt finde ich es doof. Ja, aber das ist... Ja, und die Stickstanze ist ja auch super. Funktionierte auch. Ja, ich sag mal, im Groben sind die Stanzen von Temu gar nicht so schlecht. Es ist halt immer nur wieder... Ja, Fake oder not a fake. Oder wenn man da Bilder googelt. Und so, und jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, ne? Man kann bei Temu ja auch angeblich Originalware kaufen. Ja, zum Beispiel von Alina Kattel oder wie sie heißt. Unter YouTube als Alina Craft bekannt. Habe ich mir bestellt. Und das ist eine... Ah, Entschuldigung, ich knister mal hier rum. Da ist dann auch so ein Hinweis drauf. So von wegen... Mi, 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 mi. Auf YouTube kann man denn die Instruktion sich angucken. Habe ich gemacht. Aber... Wenn ich mir die Instruktion angucke. Hier ist das... Seht ihr, ne? Ist ein glatter Schnitt. So, und jetzt geht mal auf Alina Kattel und guckt euch... Drau... 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 Schubladenbox. Drau... Drau... Ich hab die Sprachfeder. Alter. Aber das kommt, weil ich Fieber habe. Naja, jedenfalls, ihr könnt es ja lesen, ne? Drau... Da ist das nämlich so ein... So ein... Ach, wie heißt das? Na. Gestitcht? Nee, gestitcht ist es nicht. Da sind die Knickkanten so, so... Teilweise eingeschnitten. Auf jeden Fall sieht es nicht aus wie das hier. So der restliche Kram ist auch nicht hundertprozentig identisch. Und ganz ehrlich, jetzt bin ich am überlegen, ob das nicht ein ganz fieser Fake ist. Also ein richtig fieser Fake, weil... Man tut so, als wäre es Alina Kattel und kriegt eigentlich nur Billigschrott. Und das, das ist was, was ich richtig fies finden würde. Obwohl Standjob Alina Kattel. Aber wie gesagt, guckt euch die Stanzen an. Das ist einfach nur eine Schnittkante. Und wenn man das bei Alina Kattel sich anguckt, dann ist das nicht einfach nur eine Schnittkante, sondern so ein... Ja, Schnittpunkt, Schnittpunkt, Schnittpunkt... Wie heißt das? Ja, wie so eine Abreiß... Ding, so sieht das aus. Und hier ist es nur so. Also ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das hier ein Original ist oder nicht. Ich meine, teuer genug war es, um ein Original zu sein. Aber wenn man dann denkt, man kauft bei Temu ein Original und würde dann ein Fake geliefert kriegen, was auch noch so aufgemacht ist wie Original... Also ich weiß nicht. Also ich persönlich finde auch die Aufmachung ziemlich billig. Also als das kam, habe ich gedacht so... Okay, das soll jetzt echt sein? Naja. Ja. Ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr gehabt, die auszustanzen, weil ich mich darüber geärgert habe, dass das eben nicht so aussieht. Warte mal kurz, ich habe ja mein anderes Handy hier. Vielleicht kann ich da mal kurz ein Standbild bei YouTube machen, dass ihr seht, was ich meine, weil... Ich labere ja schon wieder fürchterlichen Unsinn hier. So, wo soll man da hingehen? Alina Craft. Alina Craft. 1, 9, 1, 2, 0, 5, 0, 3, findet man das so? Alina Craft. Ist es das? Ne, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ah, mir, 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 mir. Dann gucken wir mal Alina Craft. Drauer. Drauer. Ich sage das Wort nicht mehr so. Ich kriege keinen Drauer. 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 Schubladenbox. Schubladengeschenkebox. Giftbox. Wenigstens kann ich es noch schreiben. Ich bin ja ganz begeistert von meiner Intelligenz. So. Ist denn Alina? Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo sie die ausgestanzenen Sachen zeigt. Nicht. So. Dit, 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 dit. Aha. So unscharf. Bei den Stanzen kann man es nicht gut erkennen. So. Stopp. Da. Da müsste man das sehen können. So. Seht ihr das? Ich mache das. Seht ihr das, was ich meine? Da ist das so geredelt. Keine Ahnung. Aber wenn ich das mit der hier ausstanze. Da ist nichts Geredeltes. Das ist ein glatter Straight Cut. Und das ist das aber, was bei Alina Craft gezeigt wird. So. Wisst ihr nun, warum ich glaube, dass das ein Fake ist? Ein teurer Fake. Ein richtig teurer Fake. Aus dem Original Alina Craft Shop. Also, ich weiß ja nicht. Aber wie gesagt, das sieht hier komplett anders aus. Ja, komm, zeige ich das nochmal groß in die Kamera. Genau. Da, da könnt ihr es auch nochmal sehen. Ne, das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, die Faltkanten sind da anders. Und hier ist einfach nur eine glatte Faltkante. Und es sollte aber eigentlich so ein Tick, 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 Tick sein. Weißt du, so ein, so ein, so ein, so ein Abreißmuster. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Mein Gott. Wie gesagt, ich habe Fieber, ich bin krank, ich darf das, ich werde 55. Ähm, ich darf blöd werden im Kopf. So, so einfach ist das. Wie gesagt. Ich weiß, vielleicht ist es aber auch eine Zweitauflage. Und sie hat sich entschieden, ach, das mit diesem Loch, Schnittmuster da, äh, ist zu porös. Die Schubladen halten dann nicht lange. Machen wir lieber nur so einen normalen Knick oder so. Ich weiß es nicht. Im Moment fühle ich mich verarscht. So. Deshalb bin ich jetzt auch bockig und werde die nicht benutzen. So. Es ist halt. Ach, guck mal, siehst du, das kann man ja mal machen. Alina Craft. Einfach mal googeln. So, Alina Craft. Und dann mal die Nummer googeln. Das ist die 19-120-503. So, Alina Craft Store. Ich verkaufe die nur noch auf. Auf Pin Interest hat jemand diese Stanze. Vier Schritte. Video von Alina Craft auf YouTube. Ja, kann man Schubladenturm raus machen. Ist klar. So, und bei Aliexpress gibt es die nämlich auch. So, kann man da die Stanzen sehen. Bei Aliexpress ist es ja auch immer nicht so einfach. Ja. Tüt, 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 tüt. Ne, die zeigen die Stanzen gar nicht erst. Die zeigen nur Bilder von dem, was man daraus machen kann. Das finde ich ja auch doof. Die zeigen halt auch nicht die Stanze. Ach, Mensch. Aber wie gesagt, da kann man halt so schöne, die hätte ich mal haben sollen, als ich meine Stempeltürme gebastelt habe. Dann wäre aber alles viel einfacher geworden. Ha. Ja, Alina Kattel. Verkauft auf Aliexpress und auf Temu. Ich habe jetzt gar nicht bei Temu drauf geachtet, was sie da... Wenn man jetzt mal auf Bildersuche geht. Sieht man nur die fertig gebastelten Sachen, aber nicht die Stanzen. So, bei Amazon gibt es ein Bild davon. Ja. So, nun guckt euch mal das Bild hier bei Amazon an. Seht ihr das? Da ist das ein gestitchter Rand. Also hier so. Oh, mach doch mal kurz. Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Da seht ihr da diese Auf- und Ab-Nubbel. Und das sind auch irgendwie... Ja, die Knöpfe und so sind identisch. Aber jetzt guckt hier nochmal. Seht ihr da irgendwelche Auf- und Ab-Nubbel? Das ist doch voll fake, oder nicht? Ich meine, wenn ich bewusst fake kaufe, dann sehe ich es ja eigentlich am Preis. Aber wenn ich für so eine Stanze hier irgendwie 19 Euro ausgebe oder sowas, dann erwarte ich, dass das auch echt ist. Hm. Berechtigterweise, oder? Weil sonst kann ich mir so ein Ding auch für 3,95 Euro holen, dann weiß ich, dass es fake ist. Das ist also meine eigene Entscheidung, dass ich mir fake gekauft habe. Aber ich kaufe doch kein vermeintliches Original und kriege dann fake. Das ist doch nicht richtig. Oh, da kann ich mich jetzt schon wieder... Ho, 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 ho. Bei sowas kann ich mich ja aufregen, ne? Weg in die Ecke. Die wird nicht benutzt. Das ist die Strafe. Ich werde das nicht zeigen, wie das ausgestanzt aussieht. Weil es nicht diesen Nubbelschnitt hat. So. Gut. Das waren denn erstmal so jetzt ein paar Stanzen im Test. Mit ein bisschen Gekrickel. Und ich muss aber sagen, dass diese Stifte hier von... Mutter Jittenmeier, also von Tante Jitti, dass die gar nicht schlecht sind. Also wenn ihr sowieso irgendwas bei Ideen mit Herz bestellen wolltet und noch ein paar Stifte braucht. Ich sag mal, ist okay. Kommt in so einer kleinen Buchse, in so ein Eimerchen. kräftige Farben mit hoher Deckkraft, mit feiner Spitze für feine Konturen und mit breiter Spitze für Farbflächen. Ja, habt ihr ja gesehen. Funktionieren super. Ist ordentlich Farbe drin. Ideal zum Skizzieren, Layouten und Illustrieren. Nee, zum Krickeln. Zum Pinseln und zum Malen sind sie gut. Einfach zum Anmalen. So wie man es früher gemacht hat. Ne, so hier. Anmalen. Das sieht so schlimm aus. Hahaha. Ja, ich hätte mir ein bisschen Mühe geben können. Das tut mir leid. Gut. Und ich werde jetzt das Video bearbeiten, hochladen, fertig machen. Und ja, da ich ja Urlaub habe, ja morgen, Montag, da muss ich durch die Gegend fahren und die Kalender verteilen. Aber dann, dann wollte ich ja nochmal ein Video machen, wie man diese Dingeldangels macht. Dann wollte ich noch ein Video machen, wie man diese Perlenstifte macht. und Pucki-Tools. Perlen Engel, wollte das auch jemand sehen? Weil ich, ich richte mich jetzt hier nach Wünschen von einzelnen Personen, ne. Weil ich im Moment so gar keine Idee habe, was ich machen könnte. Ich habe, doch, ich habe 10.000 Ideen. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Nichts, wo ich sage, so, ja, hau, da hast du jetzt Bock drauf, das machst du. Das ist halt alles so, ja, hm. Ich habe schon angefangen. Ich bin da bei mir einen neuen Perlenbaum mit anderen Blättern. Aber wie gesagt, da bin ich noch in der Findungsphase, wie ich es mache, wie viele von den Dingern ich da drauf haben will. Deswegen hatte ich auch bei Jittenmeyer bestellt, weil ich mir so eine Perlen hier, also diese hier bestellt hatte, und auch noch in grün und in blau. Dann könnt ihr das sehen. Also einmal in so einem, na, so Flieder, pink, Flieder, irisierend, und dann einmal in so einem hellgrün und so einem blau. Da hatte ich mir ein paar Pakete bestellt, waren, glaube ich, sogar im Angebot unter einen Euro. Ja, weil, wie gesagt, da will ich halt einen anderen Perlenbaum machen. Aber das ist alles noch in der Findungsphase, denn erst, wenn ich weiß, wie ich es machen will, werde ich euch das zeigen, weil vorher macht das keinen Sinn, wenn ich da die Perlen immer rein und raus und rein und raus und doch wieder anders und doch vier auf pro Blatt oder doch nur ein pro Blatt. Und ja, das ist das, was ich dann immer so zwischendurch mal mache. Dann nehme ich mir da so 20 Perlen und ein Stück Draht und dann fummele ich da rum, bis ich denke, ja, das sieht jetzt gut aus. Also bis gestern dachte ich eigentlich noch, ja, das sieht gut aus. Und jetzt ist es mir aber doch irgendwie zu wenig Blüte. Selbst wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ganz viele davon, so ein paar längere, die noch weiter runterhängen, wären, glaube ich, cool, oder? Ja, wie gesagt, muss ich noch mal gucken. Bin ich noch am Spielen? Ja, was wollte ich denn noch? Ach ja, das mit den Holzscheiben wollte ich euch auch noch zeigen. Mit diesem Aufbügeln der Servietten auf Motschpotsch. Also nicht mit Motschpotsch auftragen, sondern Motschpotsch aufs Holz, Serviette, wenn es getrocknet ist, Serviette rauf und Motschpotsch einbügeln in die Serviette. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe das bei einer gesehen, sah easy peasy aus. Was wollte ich noch machen? Ach, ich habe schon wieder so viele Pläne und ich weiß gar nicht, was ich davon letztendlich schaffe. Ja, mein Lesezeichen bin ich ja schon bei. Könnte ich euch ja mal ein kleines Update zeigen, wenn ich das jetzt gegriffen kriege. Wo ist das denn? Da. Mal her. Also, ich habe da schon mal angefangen. Also, alles Rote habe ich schon mal erledigt. Das ist doch ziemlich viel. Ich habe gedacht, das geht schneller. Aber ich werde mir nie wieder so ein Zwölfer oder Elfer-Count. Nächstes Mal nehme ich 14er. Das ist dann so für Blinde. Weißt du, so ganz große Kreuze. Da machst du drei Kreuze, wenn du fertig bist bei dem hier. Ganz ehrlich. Aber wie gesagt, das ist die erste Wichtelmütze. Das ist die zweite Wichtelmütze. Und, ja, das ist halt die Vorlage dazu, ne. Da bin ich denn abends immer mal so halbe Stunde, 20 Minuten, 10 Minuten. Je nachdem, was die Augen dazu sagen, weil ich und Brille, wir sind ja nicht die besten Freunde. Aber ohne Brille ist nicht das beste Ergebnis, sagen wir es mal so. Und wenn man sich da 75 Mal einen Finger gestochen hat, weil man immer noch daneben piekt, macht auch kein Spaß mehr. Ja, wie gesagt, da zeige ich euch dann vielleicht nochmal, wie weit ich da gekommen bin. Ach ja, siehste, den kleinen Tiger-Schlüsselanhänger. Das wollte ich auch noch zeigen. Dieses Sticken mit Perlen. Ja. Dann habe ich hier noch so eine Holzspieluhr, die ich noch zusammenbasteln wollte. Aber ich muss mal gucken, was ich so schaffe. Eine Woche ist ja auch schnell vorbei, ne. Und wenn ich richtig krank werde, kommt von mir gar nichts, weil dann liege ich im Bett und bin beleidigt. Weil das bin ich immer, wenn ich krank bin. So. Wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Oder was Unwichtiges? Wollte ich überhaupt irgendwas erzählen? Nö. Nö. Gut. Dann verabschiede ich mich mit meinem Meisterkrakel. Oh, guck mal, wenn man das ein bisschen in die Sonne legt, dann sieht das tatsache aus wie Bauernmalerei, ne. Ich finde die süß. Wie gesagt, ich kann mir richtig vorstellen, dass man da dann tatsache im Kleiderschrank so zwei, drei Klamotten reinhängt. Ja. Und die hier ist Mist. Gefällt mir nicht. Obwohl, ich werde ihr noch mal eine Chance geben und sie irgendwann mal werde ich wieder meine Big Shot Plus vom Schrank runtergeholt habe. Die ist ja ganz oben auf dem Schrank in der, in der, in so einem großen Karton drin. Aber die passt ja nirgendwo in eine Kallaxregale rein. Also, in so eine Kartons nicht rein, ohne dass die Kartons den Boden verlieren, weil das Ding ja so schwer ist. Wenn ich die irgendwann mal noch mal wieder runterwuchte aus irgendwelchen Gründen, weil ich irgendwas Großes stanzen muss, dann werde ich die noch mal ausprobieren, aber bis dahin schliegt sie erst mal in die Ecke und wird dem Arsch nicht angeguckt. So einfach ist das. Wenn was bei mir nicht funktioniert, dann mag ich es nicht mehr. Gut. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Abonniert meinen Kanal. Denkt dran. Ich habe bald Geburtstag. Ich werde 55. Schnapszahl. Das Minimum, was ich bis dahin haben will, sind 800 Abonnenten. Also, gib am besten Gas da. Nicht immer nur heimlich gucken. Abo kostet nichts. Abo tut nicht weh. Abo macht nicht Aua. Das hat nichts mit Apotheke zu tun. Das ist ein Abonnement. Und das muss man nicht bezahlen. Klar, es gibt auch Bezahlabonnements. Okay, okay. Meins ist for free. Also, bitte, bitte, bitte abonnieren, dass wir Anfang Dezember, dass ich einen Grund habe, was zu feiern. Wenn ich schon keine Geschenke kriege, dann will ich wenigstens mich freuen, dass mein Kanal ein paar Leutchen hat. Böde. Ah, das ist wieder so Fishing vor Kompliments hier. So gar nicht meine Art. Also, bitte Däumchen hoch, liken, kommentieren, abonnieren. So einmal so Weiß jemand, wo man diese komischen Dinger kriegt, die einige so mal in ihren Videos haben? So, Like, Subscribe, Bing, und dann mal dieses Kling, Kling, Kling. Die finde ich richtig widerlich nervig, aber ich würde die gerne mal in meine Videos einbauen, weil ich will euch so richtig nerven, bis ich meine 800 Abonnenten habe, dann höre ich damit auch auf. Ach ne, bis ich 1000 habe, ich mache bis 1000. Das ist ja Jahresendziel, das steht ja auch immer noch. Jahresendziel 1000 will ich auch immer noch schaffen. Das wäre cool. Also gebt euch mal ein bisschen Mühe, ich meine, ich gebe mir hier so viel Mühe und zeige euch hier adäquate, hochwertige Handwerkskunst, und ihr sitzt da nur und guckt und macht nix. Dann könnt ihr ja wenigstens mal ein Abo machen. Okay, ich rede mich um Kopf und Kragen. So, tschüss Leute, schönen Feierabend, wir sehen uns, bis die Tage, ciao. Oh.